Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM anime within und wir haben hier ein paar Ains, denke ich mal. Lass mal gucken, ob wir Meltcontainer sehen. Da oben scheint einer zu sein. Okay, auf dem Dach. Gucken wir nochmal hier runter. Ist hier noch was zu sehen? Sonst, ne. Da würde ich mal was sagen, wenn es möglich ist, dem Mädel mal, äh, gehen wir nur bis hier hin. Wow, wow, wow. Okay. Aber sie haben sich schon bewegt. Das ist gut. Wollen wir hier mit... Ja klar, wir haben hier mit Blitzschneiderflexe. Klar. So, könnten sogar bis hier hin gehen. Sturm und Schuss. Können wir nach dem Schuss sich nochmal... genau ich sehe ja wenn man nach dem schuss sich noch mal unsichtbar machen ich glaube schon ja 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 ok 92 ich hoffe echt du kannst dich dann noch unsichtbar machen ne momentan wird es ehrlich nicht so angezeigt gut dann müssen wir ein bisschen hier angreifen würde ich behaupten so was war das gewesen annäherungsmine ok das war das spurt ne das war kein spurt jetzt hoffen wir das beste hallo 100 prozent 96 prozent müssen echt mal ein bisschen mehr schaden reinrotzen die waffen sind jetzt gerade nicht so dolle so du wirst auch mehr oder weniger flankiert von irgendjemand hier wahrscheinlich das macht das mal einmal zweimal genau du kannst hierhin du siehst nichts echt ist ein bisschen schwach ok granate ach komm schon gerade was gesehen wo ich dachte das könnten wir machen so komm schon irgendwas warum bringt es nichts ich bin wahrscheinlich da oben drauf na na ah dammit entweder ich mach die rauchgranate ich kann mich ja nicht bewegen jetzt weiter ich hab ja auch schon geschossen fuck müssen wir was machen müssen wir was machen sonst sieht der hier ganz schlecht aus könnten hier flammenwerfer aktivieren bringt den aber da hinten nichts weiter bringt unser insektoiden könnten wir hier platt machen ja dann würde ich sagen ja mach auch granate so du siehst gar nichts oder was du siehst ein die insektoiden und schüler neben gezielt yes ok das glück gehabt oh fuck oh man oh nein ach man ich hab aber auch ein glück heute wieder ok 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 der hat der macht da gerade reflexschuss so wie es wird wie sieht es bei dir aus wen siehst du den siehst du den siehst du den siehst du wow 18 kritisch hm ich sag mal so rennen wir hier hin ja blitzende reflexe bei mir klar grans 71 prozent 65 hm 71 hast du hier gerade deine eigene deckung weggeschossen du idiot ey 95 prozent wisst du was so einer ist platt gut frank ja mein gott so noch ein problem oder zwei probleme weniger ich hoffe nicht dass ich oder ich hoffe dass ich das trotzdem das meld bekomme von denen sind äh naja ok du bist da dann machen wir den mal platt wer wer oder wenn er jetzt blöd da steht das ist grans aber ganz ehrlich die haben schon die moral verloren ja boah bin mal gespannt wie viel gegen noch kommen also ich glaub fast sind die letzten drei oh mein gott soll man nicht so tun ok 65 prozent so du kannst doch bis hierhin latschen oder das wäre auch nur ein sport ich würde mal hierhin so ja du hm vielleicht könnten wir vielleicht noch hier uns reisen vielleicht könnten wir hier vielleicht noch etwas reisen hahaha nochmal Feldposten Frank 95 prozent meine munition ist bestätigt 85 prozent ach deine munition ist fast geil alle ich hab's gehört äh annäherungsmine so jetzt bin ich mal gespannt ob sich einer bewegen möchte haha so und du gehst mal hier unterstützt nicht einfach mal heilen ähm wird die mine nicht aktiv ähm wird die mine nicht aktiv okay dann laden laden nach laden nach du sammels mal auf und machst'n platt so so wo bist du ähm geist Zeit zu verschwinden sturm und schuss sturm und schuss und renn mal bis hierhin 76 prozent komm das schaffste oh das war noch nicht alle interessant na dann kevinus ja anscheinend sind hier noch paar leute jetzt weiß ich nicht wie sehr die annäherungsmine bei mir jetzt noch explodieren würde ja frank hat sich ein bisschen gesundheit wieder her stellt sich ok da sehe ich erstmal nichts das ist auch eine altbekannte karte so da oben ist glaube ich gar nicht mal so schlecht als wir können hier hinten ziehen ah da ist der zweite meltport äh du gehst mal bis hier vorne hin du musst'n Feldposten du musst'n Feldposten du musst'n auch'n Feldposten Rants rennt bis hierhin und frank ist klar hat auch passiert so da bin ich wieder ähm gerade hat sich aufgehangen gespielt gut wir rennen wir hier hinten zum meltcontainer wurde grad entdeckt und von dort haben wir Geräusche gehört also das habt ihr jetzt nicht gesehen aber von dort wohnen Geräusche diagnostiziert dementsprechend geben wir nur so weit vor wie es möglich ist uns das alles erlaubt bin gespannt wirklich wir haben ja die äh wie heißen sie die ginger abgeschossen mit bomben wie viel wir an Ressourcen dann zurückbekommen so grans ach der kann gar nicht so weit latschen dann latscht da bloß passieren oh nice war passiert und du musst'n Feldposten Eis uptunetest so frank frank zielbehälter sichergestellt bin unterwegs also es könnte noch jemand hier drin sein nehme ich mal ganz stark an wäre nicht das erste mal sagen wir es so äh warum kann der jetzt eigentlich so wenig laufen frank so viel das bewundert mich immer ein bisschen fand ich ob ich da noch eine runde mache mit zufälligen Stats ein bisschen dass man nicht ganz äh die selben Stats wie sonst und dass man dann auch noch nicht ein bisschen zu die zum beispiel die bewegungspunkte und das alles dass das ein bisschen zufällig ist also zwischen 10 und 15 bewegungspunkte hat dann jeder soldat oder wo gehst du rein gehst du rein verdammt Hörst du das? Aye, aye, Commander. Gehe in Position. Okay. Ich würde gerne mal hier hingehen, falls von der anderen Seite noch was kommt. Ich weiß ja nie. Und du wirst mal bis hier hin und mach's mal auf den Wertposten. Denn wie gesagt, diese Map war auch in der Demos von XCOM Enemy Within. Äh, nee, Unknown, was er? Und da war links außerhalb des Gebäudes. Okay, da kommen sie. Habt ihr jetzt alle auf den kleinen Sektor vorhin geschossen oder was? Ey! Seid mal nicht so fies. Wow, 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 wow. Autsch. Okay. Deckungsfeuer. Normaler Angriff. So, wir müssen noch einmal einen Angriff machen. Ja, das ist aber nicht so der passende Angriff. Ich würde sagen, erst mal Frank. Ich... Uuuh, nicht daneben gehen, blöd. Ich geh mal hier hin. Boom. Finde nicht zu geil, wie der riesen Roboter einfach mal. Bums. Okay. Okay. Dann... Grants. Auch wenn du keine Deckung hast. 97%. Einmal solltest du treffen können. Okay, oder einfach... So. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es mit den Trefferpunkten aussieht. Ob der eine verletzt ist jetzt. Der... Der... Unser... Ähm... Sturmsoldat. Jetzt verwundet gilt, oder ob das noch nicht verwundet ist. Eigentlich hätte er, glaube ich, noch genug Treffer... Ne, ich glaube, der ist verwundet. Ja, für 6 Tage. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nur 25 Meld bekommen. Schade. Hätten wir die nicht so einfach zerstört, äh... Wir hätten mehr Meld bekommen. Und mehr Illyrium. Da hätten wir wahrscheinlich dann... 16... Äh... Noch mal 16 zusätzlich bekommen. Und noch mal 10 weiteres Meld. Ah, gut. Ja, mein Gott. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, ja. Ist auch okay. So, verdeckte Operation in 4 Tagen. Ja, ein bisschen Panik macht sich überall gerne breit. So. Abholtrupp los schicken. Mh... Startet der Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So. Was haben wir denn hier eines? Äh... Entfernen. Wir gucken mal, wen wir alles holen können. Unterstützungen. Scharfschütze. Schwerer. Ja, dann nehmen wir den Unterstützer. Warte mal kurz. Wir hatten noch grad einen anderen Unterstützer. Äh... Ja, okay. Den. Bearbeitenbar. Bewaffnung. Du bekommst die Geisterrüstung. Du bekommst das leichte Plasmagewehr. Du bekommst... das Medikit. Und du bekommst... äh... die Ellengranate. Und dann würde ich sagen... Los geht. Hol mal den ab. Wir landen. Beginnen den Angriff. Wir sollen eine Exaltzelle ausschalten, die derzeit auf US-Gebiet operiert. Wir müssen unsere Agenten in diesem Gebiet schützen, um an die nötigen... Einsatz starten. Das reicht. Ich bin mal gespannt, ob wir so eine Defense Mission ist. Oder... wieder solche... Ähm... Unser Agent wurde von Exalt-Truppen entdeckt, als er wertvolle Informationen aus ihren Funkrelais-Stationen abgezapft hat. Strike One muss den Agenten schützen, während die restlichen Daten aus den anderen Relais-Stationen entschlüsselt werden. Wenn wir den Agenten... Da hinten? Sind auch die Daten weg. Ah, das ist das geil. Wir haben ein neues Ziel. Gut. Aber das werden wir das nächste Mal machen. Bis dann. Ciao, ciao.